So. Und wieder hier, verkruppelte Körperteile. Äh, Brahim Haut, Outfit, ne, Medix, nehm ich mit. Na klar. So, dann hau ich mir in den Hals ein Stimpak. So, dann hau ich mich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sag euch, das ist echt der Hammer hier. Also was ich hier so auf die Fresse bekomme die ganze Zeit, das ist einfach nicht feierlich. Lederrüstung, warum hab ich die jetzt mitgenommen? Naja, egal. Weil ich bin immer noch hier, ich bin noch keinen Schritt weitergekommen. Das ist irgendwie traurig. Läuft, macht sich ganz gut. So, was hau ich mir jetzt in den Hals? Das Kakerlakenfleisch, ja. Und da war das auch alle. Super. Was nehmen wir denn jetzt? Habe ich überhaupt noch Munition? Habe ich überhaupt noch irgendwas? Munition? Kampfflinte, Jagdflinte. Jagdflinte habe ich noch. Das war unerwartet. Was ist hier? Ich habe hier eine Tür. Und in dem Gang da hinten. Was ist das hier für ein Zeichen? Ist das sowas wie Ausgang? Ja, da vorne ist ein Ausgang. Sehr schön. Dass ich wenigstens hier mal rauskomme und, äh... Die Promenade. Technisches Museum. Da müsste das Washington Monument doch eigentlich hinter mir sein jetzt. Aber gut, wenn ich das schon mal gefunden habe, ist das doch eigentlich, äh... Ich will hier nicht weitergehen. Das endet doch nur in einem Desaster. Ich muss jetzt hier auf geradeaus weiter. Aber ob ich einfach so zu den Washington Monument spazieren kann, das wage ich ja fast zu bezweifeln. Erkannt. Versteckt. Versteckt. Ich sage, ich wage jetzt zu bezweifeln, dass ich hier einfach hin spazieren kann. Aber ich probiere es einfach mal. Ich habe mich hier schon mittlerweile so viel durchgestorben. Was macht das noch aus? Ich bin gerade irgendwie aufgeregt. Endlich nach den ganzen vielen Scheiß hier. Tatsächlich ein Fortschritt. Ich weiß mal nicht, ob das ein guter Fortschritt ist. Aber es wird für mich zumindest gerade extrem spannend. So, jetzt ist die Frage. Ich würde gerne diesen Wegpunkt haben. Ist das ein Freund? Ein Freund. Da kann ich speichern. Hier ist sicheres Territorium. Ich bin gerade so unglaublich erleichtert. Yeah. Washington Monument Detect. Haltet euch also von diesem Typen zu fern. Was ihr auch für euch tragt. Sie werden es haben wollen. Und sie werden euch nicht höflich darum binden. Es heißt, dass diese Kerle alles nehmen, was die anderen Sünden ablehnen. Kurz. Es gibt nichts, was sie nicht tun würden. Okay. Ähm. Tja, jetzt bin ich ja eigentlich gerade schon so dabei. Da würde ich ja einfach mal... Gespeichert habe ich gerade. Ich speichere einfach nochmal. Das kann nicht schaden. Und ähm... Jetzt einfach mal wagemutig in Richtung technisches Museum. Weiterlaufen. Hier ist irgendwie ein Graben und hier gibt es schon wieder Super Mutanten. Und das technische Museum muss rechts von mir sein. Na klar. Und schon geht es wieder los. Ob ich das treffe? Natürlich nicht. Hilfe. Ach, nicht hier... Irgendwas in den Hals werfen. Au! Wo der hinschießt, ist schon echt beeindruckend. Ähm... Habe ich hier irgendwas? Splittergranaten habe ich zwei Stück. Und da holzen die hier einfach rein. Okay. Ob die ja... Die folgen mir echt bis hierher? Okay. Tja, wenn ich groß Waffen hätte... Tja, wenn ich groß Waffen hätte... Tja, wenn ich groß Waffen hätte... Sehr geil. Na einmal hin. Da lebt irgendwie immer noch einer. Na los, komm doch. Und einen noch. Oder noch einen. Und Ende. Okay. Oh, jetzt geht mir langsam hier alles aus. Okay, nein. Rederwein. Bisschen Kakerlakenfleisch. Reinwerfen. Und es wird Tag. Immerhin das Gute ist, solange wie ich... Vorsicht, ist ja doch gar nichts. Vorsicht, ist ja doch gar nichts. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020